Hallo und herzlich willkommen zu einer One Rage Mouth Was für eine Mappe ist das? Irgendwie habe ich gerade voll einen hohen Ping Bist du wie es aussieht Ich bin auf ihn total am lecken Lecken, lecken, lecken Hilfe Warum ist das so lecky hier? Was habe ich gemacht? Was soll das? Hä? Vergeht mal gar nicht hier Ich will mein Ping wieder haben Wo ist mein Ping? Wo ist der Ping? Ich such ihn Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich schieße ab Ich schieße ab Keine Sekunde später kommt das an Was für ein Gees Das ist ja sowas von ärgerlich What the fuck Was ist denn jetzt hier kaputt? Was ist denn jetzt hier kaputt? Mamma mia Ich habe ahnt Was? 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 Was war das? Hä? Hä? Alter Alter, ich will auch mal spielen hier. Oh, geht das jetzt? Nee. Wann dem ist es, gehe ich nach. Wo the fuck? Das kann doch nicht wahr sein. Schwertkünstler. Oh, ich habe nur einen Erfolg. Ich lecke hin, ich lecke her. Ich falle, ich lebe, ich falle, ich lebe. Was mache ich jetzt? Hilfe, ich bin vorletzter. Nee. Nee. What is it? Einfach mal werfen hier. Vielleicht treffe ich auch jemanden. Hä? Das geht ja mal gar nicht hier. Da ist ein Pirat im Schiff. Man muss hier mit dem Schwert kämpfen. Habe ich den gekriegt? Du hast den uns gegeneinander gehst. Ich hab ihn. Da war doch keiner. Da war aber einer. Oh. Ich falle durch der Map. Keil. Was? Ich liebe sie. Ich sie auch. Hippiii. Oh. Oh. Komm. Ich nehme sie. Das tom. Und. Oh. Oh. Ist das normal? Ich denke nicht. Welchen Platz? Letzter Platz? Ihr alle habt gehackt. Alles Hacker hier. Ich will nicht mehr. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Mir überhaupt nicht. Ich sag mal dann, bis zum nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschü tschü.